Frauschen spült, das geht ja auch nicht, ne? Ja, da holen wir uns die Leckerlis schon selber aus der Tüte, ne? Da sind die Leckerlis drin. Da sind die Leckerlis drin. Als hast du gerade selber rausgekriegt, ne? Ui, gleich fallen sie runter, aufpassen. Ja. Soll ich dir helfen? Guck mal da. Oh, das hat glatt gereicht. So tief hast du deinen Kopf da rein gekriegt, ne Paulinchen? Hier kommt eins der Ersten rein. Hier kommt sein Mutti. Ne? Du musst doch lernen, so ein bisschen, ne? Grenzen überschreiten und merken, dass nichts passiert, ne? Jetzt werden wir aber gierig. Super! Paulini? Die schmecken dir, ne? Ja. Ja, auch wenn da unten Hundi ist, ist egal. Wir sind. Ja. So, jetzt reicht es aber auch, ne? Kleine Mausi. Oh, Handy. Vielen Dank.